Da hast du extra das rosa Hemd dafür heute angezogen. Nein, das ist so Solidarität mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Meine sehr verehrten. Wenn jemand ein Problem damit hat, dass jemand rosa trägt als Mann, dann hat der, glaube ich, größere Probleme als Fußball, oder? Nein, natürlich. Da sind wir uns doch alle einig. Das ist alles Wahnsinn.